Ja und damit herzlich willkommen zurück zu MU-Legend hier bei Explore IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Dungeon-Kristallhöhle und bewegen uns jetzt straight ahead auf dem Bosskampf zu. Wir sollen den guten Bu-Balos erledigen. Die Flügel, die du als Belohnung für... Man, Spiel. Label 65 kriegen wir irgendwelche Flügel. Gut. Das habe ich noch mitbekommen. Was ist er denn? Ups. Okay, erstmal abchecken, was der Kollege so drauf hat. Kommst du... Alter, komm mal raus aus der Händersuppe da. Aua. Aua. Wir müssen diese Stäbe zerstören. Da war doch irgendwas. Sonst haben wir nur noch lila Gedöns hier am Boden. Aua, wir werden sterben. Wir werden sterben. Hier, diese Plattform verlangsamt wir uns wohl nur. Wir kriegen keinen direkten Schaden dadurch, das ist schon mal gut. Alter! Basta! 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 Mal gucken, dass wir irgendwie scheinern. Basta! 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 Jetzt sollten wir rausgehen! Geht nicht, weil wir... Basta! 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 Wa inte! Basta! Sehr schön Was? Ja ja, laber du mal. Wir machen erstmal hier ein bisschen Kreisgedöns weg, das wird sonst nicht so gut Geh raus da, sonst könnte das jetzt ganz böse in die Hose gehen. Geh raus Nehmen wir halt dran Warten, wir dürfen nicht sterben, wir dürfen nicht sterben, ich sterbe, ich sterbe Geh raus Soll ich mal weg machen? Ja, mach du mal Läger Dann machen wir die jetzt Was? Ja 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 ja, ist gut Sooo Mach, mach, mach Oh Ei, 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 ei Geh raus Mach hier nicht die Welle Prost Zo Joa Aber ein bisschen Nein, 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 nein Nein, 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 nein. Auch passen. Kommen wir hier. Geschwindigkeit, super. Raus da, raus da, raus da, raus da. Finale, Finale, Finale. Oh, Alter. Der war schon interessanter. Aber, äh, gut. Nur dadurch bedingt, dass wir auch unseren Wiederbelebungsstein hatten. Alles gut. Und wir sollen weiter. Tritt den verdächtig erscheinenden Ort. Jo. Was passiert hier? Kriegen wir jetzt unseren langer Sinn? Und starb? Was? 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 Muren. Ich bin schon wieder zu spät. Bitte entschuldigt. Ich bin nicht bescheiden, aber... Ich hatte nicht erwartet, dass ihr kommen würdet, als ich euch die Brieftauben schickte. Nur ihr konntet es so schnell hierher schaffen. Außer euch meint ihr wohl. Also, was geht hier vor? Lasst mich raten. Haben sie die Pektra Energie mit Hilfe der Kristalle verstärkt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie brauchten die Kristallhöhle, weil die Kristalle die Pektra Energie restlos schlucken. Hätten wir Adrian nicht dabei gehabt, wie er die Höhle dem Pandemonium überließ, hätten wir niemals von den Vorgängen hier erfahren. Sie haben ein Experiment durchgeführt, für das sie lebende Wesen mit Pektra versetzt haben. Die Höhle war ihr geheimes Laboratorium. Ich verstehe. Hat ihr Experiment funktioniert? Ich glaube schon. Ihre Testobjekte haben das Pektra in sich aufgenommen und sie zu schrecklichen Monstern geworden. Und das waren nur Testobjekte. Jetzt, da sie Erfolg hatten, werden sie die pandemonischen Soldaten mit Pektra versetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Nietenberg von diesen verstärkten Dämonen überrannt wird. Das ist nichts, was wir Devias alleine verhindern können. Wir brauchen Hilfe von der Allianz. Ich werde mit Chai Song sprechen. Lass mich mit ihm sprechen. Ihr seid Mitglied der Koalition. Es wird einfacher sein, wenn ich mit ihm rede. Ich sollte mich beeilen. Es ist noch ein Tag des Ultimatums verstrichen, das die Kantorianer mir gesetzt haben. Sie injectierten Pektra in die lebende Wesen als Experiment. Was? Das... Hat es funktioniert? So... So... Wir sollen erstmal jetzt hier die Quest abgeben. Ne, Freund, ich habe keine Lust mit euch zu spielen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Also... Groß sind viele, ne? So. Ne, mit euch jetzt definitiv nicht. Ich muss hier runter. So... Neben... Hä? Wollen wir hier eine Quest übersehen? Patin im Lager der Datan bat mich, euch diese Kristalle zu bringen. Ich danke euch. Ich werde sie von der Akademie analysieren lassen. Gerne, gerne. Was will er denn jetzt noch? Hey, hört zu! Ich soll heute Abend Jackfleisch servieren, aber es gibt kein Jack mehr. Die Keiler haben es gefressen. Zallo wird mit den Hintern aufreißen, wenn ich kein Essen auf den Tisch bringe. Selbst wenn es ein paar Famaledeiten Keiler liegt. Sie jagen die Jacks bis zur Ausrottung. Könntet ihr diese Keiler bitte ausrotten? Ja, machen wir das mal eben. Why not? Gibt XP und wir sind fast Level 60. Da müsste eigentlich, glaube ich, die nächste Klassenquest dann kommen, ne? Okay, die sollen wir nur dezimieren, was nichts looten. Wunderbar. Rucke, rucke, was ist hier los? Quest fertig. Oder? Ja. Ne, stimmt gar nicht. Wir sollen den Rottenführer der Silberkeiler noch töten. Wo ist denn der? Wo ist der? Hier ist er. Da ist er. Da ist er. Warte mal. Was? Was? Wie man ist am weinen? Was? Von da drüben kommt ein Geräusch. Jemand weint. Die Finiere von da drüben. Eh? Okay, wir gucken mal eben hier oben. Geht auch da oben. Hallo? Hier ist keiner. Hier unten gucken. Tü, 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 tü. Kloppt hier ne Quest auf. Nein. Aggressive Geier. Aggressive Geier, die Klochkau. Oder? Hey, weint ihr? Warum weint ihr? Warum weint ihr? Ihr seid ein Jäger, richtig? Schluchz. Ich jage, weil ich muss. Nubbel hat mir aufgetragen, ein paar Adler zu jagen, aber nicht einen habe ich fangen können. Ihr sprecht von Jäger Nubbel, der Geschäfte mit den Deviers macht? Ja, ich bin ihm bis hierher gefolgt, weil ich sein wollte wie er. Wenn er herausfindet, dass ich nicht mal einen Adler fangen konnte, wird er mich wegschicken. Könnt ihr mir bitte helfen? Hm. Eagles are hard to catch. Ja, dann komm. Vögelchen. Wir werden das genau. Zieh mal Fleisch. Dann war's das schon. Können wir die Quest abgeben? Aber nicht bei ihm. Okay. Dann nicht. Omnius und Skorpione. Jagdlager. Waren wir doch noch nicht. Nein. So. Clark hat dieser Adler erledigt. Hier nimmt sie. Er ist ein guter Jäger. Ihr solltet ihn behalten. Ein Jäger in Nöten. Ähm. Was ist denn jetzt hier? Überbringen wir uns Bündnisversuch zur Scheißung in Kiwanan. Gut. Dann machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem man nur die Folge siehst und sage tschüss bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Vielen Dank.